eine einheit wurde aufgewertet verteidiger kann kriegshammer werfen ist auch nicht eine einheit wurde aufgewertet wo ist unsere normale spiele da eine einheit wurde aufgewertet dann nicht doch hier hier unten hätte ich euch gerne und wir können das hier machen bei die zwei schweine züchter belegen also es sieht so aus als hätten wir alles ja ein paar krieger wahrscheinlich wäre nicht schlecht zu haben also jetzt warten wir erstmal bis wir ressourcen beisammen haben was wollt ihr mal gucken kann ich noch du bist nicht mehr im einzugsbereich also muss ich hier oben eine zweite nahrungsproduktion errichten nicht half zur ehre gibt es arbeit was steht an fresh ans werk was steht an fresh ans werk so mehr nahrung ist nämlich wischstieg vor allem wenn wir dann einen nidhalf titanen aus dem boden stampfen wollen brauchen wir auch mehr nahrung also titel zwergen titan also titel zwergen titan so das habe ich erforscht das habe ich erforscht das habe ich erforscht feinde zu den bögen sie kreisen uns ein mein bogen für die rune ja da kommt oh da kommt wieder gut was das ist ein das ist ein hinterhalt es sind so viele befehlt so die komforte unten jetzt noch da kommen sie jetzt schon wieder runtergerannt runenkrieger zu mir die diener der nacht sind hier eine einheit wurde aufgewertet es sind zu viele sie kreisen und sein wir sind in gefahr ja und ich komme gar nicht mehr durch meine schusskappen äh leute durch so begeben wir uns mal auf die nächste anhöhe hier gibt es auf jeden fall wieder ein lager aber das stürmen wir nicht ohne zwergische unterstützung ja das ist nämlich wieder ein riesiges lager und die haben mondsilber dahinten wir lassen uns erstmal zurückfallen würde ich sagen feinde zu den bögen es sind so viele feinde zu den bögen los schwestern schnell wie ein pfeil wehrt euch schwestern zur stelle die ruhe ruft ich höre so errichten wir wirklich hier nochmal in dem bereich bereich eine verteidigung sicher ist sicher die diener der nachtsschwestern die diener der nachtsschwestern die diener der nachtsschwestern so damit haben wir die krieger schon mal als nächstes kommt der diet half titan ich höre die rune ruft da kommen meine arbeiterinnen die fans zu sorgen berlin sprecht sprecht rappt k-spion äger trauer knack k-spion 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 klick kl Reporter k-spion akt k-spion k-spion COVID Dann werden wir hier auf Zwerge warten. Und unseren Titanen. Und ich hole mir gleich nochmal fünf Arbeiter für das Mondsilber für später erstens. Und zweitens, dass sie jeweils noch ein Gebäude bauen. Also eine Mondsilberhalle und eine große Waffenkammer. Werden wir ja hier noch Platz für finden. Irgendwo dazwischen. Die Gebäude sind ja nicht so groß. Einfach den Stein dafür haben wir und... Ja. Was wollt ihr? Zu allem entschlossen. Oh, ihr seid Verteidiger? Ups. Habe ich jetzt die ganze Zeit Verteidiger aus? Hier bin ich. Das Bauwerk ist vollendet. Ne, das ist ein Krieger. Nur zu. Du bist auch ein Krieger. Gut, dann habe ich halt... ...den Verteidiger. Ja, das war ja zu viel. Kampf bereit. Hier bin ich. Na, ein Verteidiger habe ich. Zu allem entschlossen. Hatte ich. Ja, normalerweise mache ich das nicht. Wehrt euch, Schwestern! Oh, kommt nur her! So, eine... Wohnzirberhalle. Eine meiner leichtesten Übungen. Sprecht! Zum Ruhme Ahrens! Was ihr wollt! Es ist mir eine Ehre. Kampfbereit! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Zu allem entschlossen. Meine Axt wartet schon. Was soll ich tun? Na, so wie es aussieht, haben wir jetzt gerade ein bisschen Ruhe. Oh, ja. Ja, jetzt wäre es noch nicht schlecht, den Italf Titan zu haben. Was steht an? Und los! Frisch ans Werk! Sprecht! Zum Ruhme Ahrens! Und ja, hier aufräumen wird dann wieder lustig werden. Das können wir unsere Armee erstmal hier hinterher zurückziehen. So, die Wohnzirberhalle ist fertig. Schon so gut wie erledigt! König noch die... Pfff! Wir sind in Gefahr! So, dann helft ihr noch bei dem Ding schnell mit. Das bauwerk ist vollendet, wie ihr wünscht und geht jetzt wieder runter so du wirst gebaut das heißt wir können jetzt hier erst einmal nach dem weg gesichert haben einen cut machen also speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.